Hallo und herzlich willkommen am Kanal der Inntaler. Wenn ihr wissen wollt, wie man aus sowas, sowas macht, dann bleibt dabei. Hallo, grüß euch. Das erste Video 2022. Es hat sehr lange gedauert, tut mir alles nicht leid. Es ist leider so privat. Sehr viel los. Ich habe nicht immer Zeit. Hätte gerne mehr. Ist aber nicht da. Deswegen ist das erste Video ein bisschen verspätet. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und es geht euch gut und ihr seid gesund. Und heute geht es um das Thema Schnitzen. Wie bin ich zum Thema Schnitzen gekommen? Eine fabelhafte Bernd-Grüße. Ich kam eines Abends zu meiner Garage, noch vor dem Inntaler Adventskalender und habe mir so einen barocken Zirbenholz hergeschmissen und gesagt, was soll ich mit dem? Und er hat mir angeschaut und gesagt, schnitz einfach einen Becher. Es war so, das ist noch ein, zwei Wochen umgelegen und irgendwann einmal habe ich wirklich zufällig Zeit gehabt. Da fliegt der Flieger vorbei. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Und dann habe ich angefangen zum Schnitzen, habe das davor noch nie gemacht und irgendwie hat das seinen Reiz. Jetzt kann natürlich nicht jeder gleich einen Becher schnitzen, weil er diverse Utensilien dazu braucht, braucht man so ein Schälmesser und bla bla bla. Habe ich mittlerweile. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch etwas, was man recht einfach und mit jedem Messer machen kann. Und zwar ein Edelweiß. Das ist ein bisschen filigrane Arbeit. Wie gesagt, ich bin da weder Profi, da sind sie irgendwas, ich kenne mich da nur bedingt aus. Aber so ein Blümchen kommt nie schlecht, wenn man einer Dame schenkt. Und es ist relativ schnell und einfach gemacht. Und jetzt zeige ich euch einmal, was man für eine Ausrüstung braucht dafür. Was braucht man? Im Grunde genommen, ich habe zwei Messer jetzt mitgegen. Und zwar ein richtiges Schnitzmesser, das ist ja so ein Stubayer Schnitzmesser. Mit dem geht es wirklich super gut. Da kann ich mir gar nicht reden. Sehr scharf, kann man sich wahrscheinlich auch damit kassieren oder kann man. In meinem Fall sollte ich vielleicht eh wie bald nochmal wieder. Ist kein Muss, aber ist wirklich zum Schnitzen, naja sonst wäre es kein Schnitzmesser. Also eine Stulle kann man sich damit nicht schmieren, zum Schnitzen ist Bombe. Ich zeige euch das aber nicht mit dem Messer, weil das hat nicht jeder. Da braucht es ja nicht unbedingt zumindest zum Edelweiss Schnitzen. Sondern was nehme ich für ein Messer her? Ich zeige euch heute meinen absoluten Favorites, den was ich seit sehr sehr langer Zeit in meinem Hosensack führe. Warum? Weil das Messer nichts wiegt. Das Messer einfach für mich perfekt ist. Und zwar das Opinel Nr. 10. Das ist das mit dem Kohlenstoffstahl. Opinel ist ein französisches, sollte ich etwas falsches sagen, bitte korrigiert es mich und schreibt es in die Kommentare. Ein französisches Soldatenmesser. Im Grunde genommen sehr sehr einfach mit so einem Verschluss. Also oben hat man so einen Schieber zum sichern der Klinge, dass es nicht wieder einfährt. Und viel mehr kann es nicht. Ist eine Carbon Klinge, kann man richtig rattenscharf schleifen. Geht wirklich gut. Und ist eigentlich das Messer, was ich wirklich immer auch dabei habe. Weil das ist so extrem leicht. Man merkt es gar nicht. Also wenn man ein Feuerzeug im Hosensack hat, ist es ungefähr das gleiche. Das ist jetzt eine Szene. Ich habe meinen Schwager, einen Carlo zum Nikolaus, weil er brav gewesen ist. Grüße, Herr Carlo. Ein Achter, glaube ich, spendiert. Das habe ich auch eine Zeit in der Hand gehabt. Weiß ich nicht. Eine Szene ist meins. Okay? Gut. Das sind einmal die zwei Tools, die wir brauchen, um so ein Blümchen zu schnitzen. Was aber noch sehr wichtig ist bei dem Ganzen. Wirklich tut es das, weil gerade bei der Schnitzerei schnitzt man eigentlich so. Vielleicht mache ich es auch falsch. Kann es sein? Schreibt es in die Kommentare. Bei der Schnitzerei macht man das, was man schnitzt, man schnitzt zu sich selber her. Und zum Daumen. Und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Ich habe mir da Schnittschutzhandschuhe gekauft. Schnitthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe. Deswegen, für was sind sie? Damit man sich nicht schneidet. Kann man natürlich mit jedem Lederhandschuhe auch machen. Aber mit denen hat man recht ein gutes Gefühl. Ich habe relativ kleine Kluppen. Ich brauche da so M Größe 8. Und mit denen zeige ich euch jetzt das. Also wenn ihr das noch nie gemacht habt, die Handschuhe sind echt nicht schlecht. Gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Stück Holz. Ich sage es euch wie es ist. Wir haben Winter. Im Sommer glaube ich kann man das von jedem Baum herbrechen. Totholz natürlich bitte. Aktuell ist der Boden gefroren und auch im Wald ist alles irgendwie. Das habe ich von zu Hause mitgebracht. Das sind ungefähr 20 cm. Echte 20 cm. Ich habe es nicht ausmessen. Keine Ahnung. Fichtenholz. Trocken. Fichte geht für mich am besten. Also gut. Was ist der erste Akt? Der erste Akt ist einmal folgendes. Dass wir dieses Stück Holz, was wir da irgendwo runtergeschlagen haben. Oder von der Lino geholt haben. Dass wir das rund machen. Und zwar, es ist gar nicht wichtig, dass man die ganze Länge rund macht. Sondern dass man so das erste Drittel, dass man das schön rund hat. Auf einem Durchmesser ca. 8 mm, 9 mm. Es hat keinen Messschieber im Waldmeter. Aber das ist ja nur so ein Anhaltspunkt. Okay? Und jetzt starten wir. Wichtig ist natürlich schon, dass das Messer sehr sehr scharf ist. Deswegen mag ich die Carbon Stähle sehr gerne. Weil die kann man wirklich bombenscharf schleifen. Ich sitze am Waldrand. Und habe auch schon, einmal aus und weiss nicht, auf meinem Happy Place. Und habe auch schon die ersten Zuschauer gehabt. Meine Zuschauer zeige ich jetzt. Unglaublich wie neugierig die Piecher sind. Jetzt hat man das da vorne einmal so einigermaßen rund. Und jetzt arbeite ich mich von vorne nach hinten durch. Also da vorne kommt jetzt die Blüte. Da kommt die Blüte und dahinter ist der Stängel. Wenn man wie ein Blümchen ausschaut, weiß ich eh nicht. Also gut. Das ist der Stand der Dinge. Ich würde sagen sicher durchmesser 8. Ich habe es da hinten schon ein bisschen schlanker geschnitzt. Am Stiel. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Geschichte. Und zwar wir schneiden jetzt eben deswegen die Handschuhe. Es macht wirklich Sinn. Wir schneiden jetzt von vorne nach hinten die Blüten. Und zwar 6 Stück. Auf die 360 Grad. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht das erste Blümchen was ich mache. Die ersten Blumen haben keine 6 Blüten gehabt. Macht euch nichts draus. Das ist auch ein bisschen ein Lärmprozess. Es kann auch jetzt sofort in dem Moment passieren, dass das in die Hosen geht. Das ist halt einfach so. Nachher hat es halt einfach 5 Blüten. Da macht euch bitte nichts draus. Und ihr fangt an einfach oben schneiden. Und zieht dann das Blütenblatt nach hinten. Und dann hebt es mit dem Daumen nach unten und drückt es so raus. Schaut dann ungefähr so aus. Und das machen wir jetzt 6 Mal. Schaut, dass sie alle einigermaßen gleich lang sind. Gelingt mir auch nicht immer. Wobei die Natur hat das auch nicht. Alles gleich lang. Aber zumindest nicht, dass auch ganz langsam der Kreuzes dabei ist. So, das schaut dann in etwa so aus. Man kann da ein bisschen korrigieren, indem man die Spitzen ein bisschen nachschneidet. Aber seid vorsichtig. Das Zeug ist sehr filigran. Gell? Gut. So, das ist der erste Akt. Jetzt haben wir das Blümchen da so. Und jetzt geht es her und macht es noch einmal 6 Blütenblätter. Zwischen den schon bestehenden. Aber nicht in der gleichen Länge, sondern ein bisschen kürzer. Und passt auf, dass ihr euch nicht die anderen Blütenblätter dabei auch ausschneidet. Okay. Schaut dann ungefähr so aus. Und damit das Ganze jetzt ein Edelweiß wird. Das Edelweiß hat ja in der Mitte drinnen, wie sagt man da, wo die Bollen wohnen. Weiß ich nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ich wissen. So ein relativ großes Nest mit, ich glaube, 4 oder 5 Kugeln sind es. Das schaut zum Beispiel so aus. Das kann man natürlich schlecht stützen. Das macht man jetzt so, dass man da hergeht mit der Spitze vom Messer. Und da kurz davor noch lauter kleine, aber sehr tiefe Einkäubungen macht. Je öfter, umso besser. Und dann kommt das Jagd. Und zwar, wir gehen her und brechen das Vorderteil ab. Das geht dann ganz leicht runter. Kann man sogar wegschmeißen. Ist ja kein Müll. Und dann hat man da vorne, man kann das noch ein bisschen richten, diesen Fruchtbereich, sage ich jetzt einmal. Das nächste Schritt ist, dass wir das Ganze nach hinten ausdünnen. Also wir schneiden eben zu uns oder man dreht es um und schneiden da vorsichtig den Stängel. Machen den dünn. Ich gehe ganz gerne her und mache da oben so kleine Kerben. Damit ich einmal so ungefähr weiß, wie dünn das Ganze werden soll. Und dann schneide ich nach unten. Lasst euch Zeit bei der Arbeit, weil das wirklich sehr filigran ist. Und wenn man einmal zu viel schneidet, dann fängt man wieder von vorne an. Was man bei den ersten Mal sowieso macht. So, jetzt habe ich das da schon sehr dünn und schnitze das nach hinten einfach. Wenn man das Messer sehr flach anlegt ins Holz, dann ist das fast wie Hobeln. Dann geht das recht gut. Okay, aktuell schauen wir so aus. Jetzt kommen die Blütenblätter, also die am Stängel. Und da geht man jetzt einfach her. Und das ist jetzt wirklich sehr heikel. Ich fange oben an und arbeite nach unten. Und zwar, ihr zieht es einfach Späne. Okay. Kann man glaube ich lassen. Da oben vielleicht noch ein bisschen. Ja, so lassen wir es. Jetzt schneiden wir noch weg. Ich bin nicht am happy place. Ich bin heute in Aldrans. Und leider recht guter Flugverkehr da. Okay, dann schnitzen wir das nach unten noch frei. Je dünner das ausschaut oder ist, umso besser schaut das aus. Ich würde sagen, das ist so eine gute Länge. Brechen wir ab. Und dann ist sie eigentlich schon fertig. Man kann sie jetzt noch ein bisschen richten. Wie gesagt. Seht vorsichtig. Die ersten paar habe ich mir abgeschnitten. Kleiner Tipp. Superkleber hilft auch. Aber es soll halt so nicht sein. Okay. Dann ist eigentlich unser Edelweiss schon fertig. Und mehr ist es nicht da. Ist gar nicht viel Arbeit. Dauert fünf, zehn Minuten. Kann man wahrscheinlich, wenn man es öfter macht, sogar schneller. Ist ein irrsinnig nettes Geschenk. Ich gebe euch einen heißen Tipp. Die meisten Damen nehmen, was man das spendiert. Die riechen dran. Fichtenholz hat das nicht so den ultimativen Eingeruch. Wenn ihr das jetzt daheim macht. Ich habe auch schon Zirbenöl einfach vorne drauf dran. Super. Ist ein super gutes Mitbringsel. Macht Spaß. Ja. Ich mag das ganz gerne. Da kann man sich ein bisschen so in die Gedanken verlieren. Ähm. Und. Verödert die Feinmotorik. Hahaha. Okay. Ähm. Das war das erste Inteler Video 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Bleibt brav. Bleibt gesund. Abonnier jetzt den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Oder lasst ein Like da. Ähm. Für euch. Danke fürs Zuschauen. So Leute. Nachdem es zu einem guten Ton eines jeden Bushcrafters gehört, dass er seiner liebsten ein Blümchen schnitzen kann. Habe ich mir gedacht, macht mir eine kleine Challenge draus. Ich nominiere den Heiko vom Kanal Pess von der Tirol. Den Chris vom Kanal der Tiroler. Den Dustin vom Kanal Dunkelrohr Outdoors. Und den Guse vom Kanal Ruhrpott Outdoors. Dass sie beim nächsten Mal, wenn sie draußen sein, ihrer Liebsten oder ihrer Frau ein Blümchen schnitzen. Das dann zu Hause abliefern. Mit einem schönen Gruß vom Inteler. Ähm. Beweisfoto entweder in einem Video oder auf Instagram. Männer. Zeigst was ihr kennt. Fiert euch. Fertig. 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 Fertig.